Willkommen zu einer Mission, die am Anfang einfacher erschienen als sie jetzt in Wirklichkeit ist, ehrlich gesagt. Und ja, wir sind hier, um erstmal die Basis hier zu zerstören und wollen ein bisschen was einnehmen. Problem ist allerdings, dass wir ja dauernd von einem Atommick angegriffen werden, heißt also ein Mitglied der Atombombe. Zerstört so ziemlich krass unsere Armee und das nervt gewaltig. Und da müssen wir uns irgendeinen Weg finden, was wir dann machen, dass wir hier nicht so dezimiert werden, wie es die ganze Zeit immer ist. Wir müssen versuchen, hier erstmal die Basis einzunehmen. Ich werde mal das einfach probieren. So, einmal haben wir hier die Waffenfabrik zur Verfügung. Die werden wir einfach noch nicht einnehmen. Vielleicht einfach zu zerstören, hier auch den Panzer, der hier ist. Hier, im Angriff. Greifen wir sofort an. Ich hoffe, da werden auch nicht die Mix aktiviert dadurch. Auch wenn wir jetzt schon relativ weit oben sind. So. Okay, kommen wir mal runter. Dann greifen wir hier an. So, einer hier hin. Okay, hier runter mit dir. Rein mit dir. Schnell, 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 schnell. Okay. Schnell reparieren. Bau eine Raffnerie. Und... Ich werde mal kurz speichern. Bevor wir die Werft angreifen, kann es sein, dass da noch jemand kommt. Und mit dem habe ich überhaupt keinen Bock. So. Ein Mickflugzeug ist noch nicht aktiv. Oh. Okay, er hat auf den alles angesehen. So, könnte man kurz hier angreifen, bis wir mit dem Platz zufrieden kommen. Da geht's. Hier, wir müssen uns zerstören. Wir wollen uns zerstören. Sehr schön. Ja, greift den an. Alles ein bisschen unbequem, weil die ganze Zeit... Komm, jetzt haben wir gleich fertig. Wir können ja gleich nochmal einbauen. Ich breche nochmal ab. So, noch einbauen und... Hmm... Wäre mal interessant zu wissen, ob war... Also hier sieht man nichts momentan, was aussieht wie... Ähm... Oh. In Ordnung. Ich muss aufpassen. Jetzt kann sein, dass die uns angreifen. Der Atom-Mick. Was für die ausreicht. Reparieren die auch? Ja, jetzt greifen sie an. Wow. Die haben sofort das Ding zerstört. Das ist krass. Also sowas dürfen wir es gar nicht kommen lassen. Ähm... Gut. Wow. Die kommen schon ab dem Moment. So, ich will mal was schauen. Und zwar... Haben wir hier... Ne, haben wir leider nicht. Ich weiß nicht, ob das ab dem Angriff war oder ab der Höhe, wo wir dann ankamen. Das ist beides nicht einsehbar. Ich werde mal Werft bauen. Ich weiß zwar nicht, ob das... Vielleicht kann man die ja auch aufhalten, dieses Ding, bevor das schießt. Wenn man genug von diesen... Fahrzeugen hat. Wodurch wird er jetzt schon mal angesprochen? Oh Gott. Nervensegen. Ja, Sir. Und zwar... Aber hier bauen. Und wo willst du hin? Sammler, komm mal hierher. Sammeln auch mal hier ab. So. Gut. Hier angreifen. Ja, dass jetzt jemand ankommt, meinetwegen, soll er machen. War wahrscheinlich einer von den Pflug-Einheiten. Zerstörer, so. Ich weiß halt nicht, wie nah der sein darf, der Gegner. Und der Zerstörer könnte auch zu riskant sein. Ich weiß halt nicht, ob es sich wirklich lohnt, ihn zu bauen. Hm. Wo ist denn der andere hin? Ich hab da noch... Oh. Guck mal hierher. Kann ich sein. Hier, ja. Hier, Angriff auf die... So viel Schaden hier die ganze Zeit. Machen so ein Nester kaputt. Hier, zerstören. Kann ich sein. Daran kommen hier irgendwelche Einheiten wieder raus. Und da muss man mal ausprobieren, ab wie viel das ungefähr klappt. So, ich mach mal ne kleine Pause. So, da sind wir wieder. Ja, bauen weiteren Zerstörer, ist klar. Wir müssen dieses dämliche Flugzeug abwärmen, bevor es irgendwie angreifen kann. Und dann kommen wir hierher, noch ein Zerstörer bauen. Also fünf Zerstörer bräuchte man rein theoretisch schon, um den Flugeinheiten einermaßen in Schacht zu halten. So eine starke, schnelle Flügeinheit vor allem. Aber ich weiß auch nicht, ob was die hier machen. Das nervt ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob der Moment getriggert ist, ob man ein bestimmtes Gebäude angreift oder ob das, äh, man in der Spiel bestimmte Reichweite nach unten ist, obwohl hier das gar nicht so weit nach unten ist. So, wir probieren mal mit fünf Zerstörer, vielleicht reicht das echt aus, um dieses komische Ding aufzuhalten. Wäre jedenfalls ne Möglichkeit, aber keine Garantie halt. Gleich der nächste. Der Nachteil ist halt eben, diese Raketen, dass die vielleicht zu langsam sind, um die Gegner zu treffen. Normale Flakke würde halt vielleicht einfach nur drauf dämmern. Ich würde mal hier verkaufen wollen. Vielleicht nochmal kurz hier unten ne Flakke hinbauen. So. Direkt hier neben. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Oder ob der nicht sogar dem Moment getriggert wird. So, ich speichere mal nochmal ab. So. So, falls der Moment jetzt getriggert wird, fährt runter. Bestätigt. Und ab irgendeinem Moment kommt der ja da an. Und versucht uns hier in den Arsch zu versohlen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wo geht's schon wieder hin? So, hier. Also, der kommt noch nicht. Also, als würden wir, wenn wir die Werft noch nicht angreifen, noch nicht erscheinen. Vielleicht ist es sogar hier, der Bereich. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon getriggert wurde. Ja, Sir. Bestätigt. Schalten noch nicht so. Wie werden wir Transporte bauen? Vielleicht recht. Erstmal eine aus. Einsatz bespeichert. Also, gerade wenn das hier der Flugplatz, der MIG ist. Ah, ich muss es braucht fünf, die einigermaßen sehr gut noch im Heilzustand sind. Die fünf, guck mal hier runter. Wird gebaut. Bestätigt. Melde mich wie bewohlen. Und das reicht aus, wenn einer dann das schafft, dir nichts, den MIG zu zerstören. Ja, Jungs. Ich finde euch auch cool. Aber absolut uncool, wenn ihr schon wieder versucht, hier in irgendeinem Fahrzeug reinzukommen. So. Den haben wir erledigt. Und der hier kann auch nochmal rein. Hubschrauber, Landeplatz sind eindeutig dort. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, mal gucken. Äh, irgendwas wurde zerstört gerade. Ähm. Hallo. Idioten. Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Weiß gar nicht, was ich, wenn ich lade jetzt. Okay, die sind gerade erst verfrachtet worden. Okay, dann hier Angriff. Dann kommt mal runter. So, und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt hier landen. Und gleich angegriffen werden. Das war irgendwie klar. So. Und runter mit euch. Wir hoffen, dass ich gleich den Flugplatz erwische. Hier unten wird er irgendwo sein. Aha. Sehr schön. Der kommt doch von da, der Gegner. Kommt außerhalb des Kartenrandes. Diese Arschlöcher, ehrlich gesagt. Ey, was ist denn das für eine miese Mission? Die kommen außerhalb des Kartenrandes. Oder hier in dem Bereich. Okay. Zurück. Jetzt würde mich mal interessieren. A, wo wird er hingehen? Und B, schafft er es, hier durchzukommen? Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, ja. Er kann hier unten sich verbergen. Dann müssen wir vielleicht nochmal mit dem Schiff nochmal rumfahren. Und vielleicht reicht es aus, dass wir... Müssen wir mal gucken. Ey, das ist ja echt nervig. Er wird auf jeden Fall gleich wieder kommen. Ich weiß ja nur, von welcher Stelle er kommen wird. Ob er hier angreifen wird. Ja, Sir. Oder ob er... Oder ob er... Ob er... Hier hinten bei dem Flugplatz. Ich hoffe nur, dass ich es sehen kann. Von wo er genau kommt. Das ist gar gebraucht. Er brucht ja eigentlich doch gar nicht. Konstruktion abgeschlossen. Das ist ein Ziel aus der Augen verloren. Dann machen wir mal Einsatzladen. Okay. So, ich hoffe es klappt einigermaßen, wie wir nochmal ein weiteres Schiff bauen. Und wir haben gesehen, die Insel ist das leider nicht. Die hat zwar ein paar nette Helikopterplätze, aber... Na ja, die Leute da sind halt auch nur Leute, die erschossen werden wollen. Gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission echt kompliziert wird. Oh, heilige. Warte mal kurz. Einsatzladen. Einsatzgeladen. So. Nochmal. So. Zerstören. Hallo. Lassen wir das mal so. Du wirst gar nichts machen jetzt, oder was? So. Und nochmal. Und jetzt können wir nochmal speichern. Danke. So, ihr beiden kommt nochmal mit runter hier. Dann haben wir acht Schiffe. Ich hoffe natürlich, dass das langsam ausreichen wird. Wir bauen nur eine Waffenfabrik. Und diese dämlichen Trigger-Momens natürlich. Das ist ein Fall für sich. So. Komm nochmal hier bei Schiff. Danke. Und... Ich hoffe, mit so einer riesen Armada, die wir jetzt da haben, in Anführungszeichen, dass wir da wenigstens was reißen können. Komm. Ja, Sir. So. Dass wir da ein bisschen, ja, schaffen. Ich hoffe, nicht direkt die Basis angreifen. So ein bisschen hier rum herumfahren können. Hier unten haben wir die anderen Schiffe gesehen. Natürlich, wenn er mich auf immer einen Turm angreifen muss, ich ihn natürlich zurück ergreifen. Aber erstmal versuchen keine Gebäude... Ich hoffe, dass hier unten irgendwo eine Insel ist. Bestätigt. Wie sie dämlich dämliche Flugzeuge untergebracht ist. Können wir mal kurz speichern. Ich glaube, ich bekomme gleich hier die Angriffe von diesen anderen. Genau. Schiffe zu tun. So. 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 Hier unten ist hier unten eine Insel, wo dieses dämliche Flugzeuge herkommt. Also hier unten ist was. Bestätigt. Können wir hier auch landen. Irgendwo bitte. Bestätigt. Momentan sieht es eher nicht so aus. In Ordnung. Aber es... muss doch irgendwas sein. In Ordnung. Können wir gerne hier noch weiter Einheiten transportieren. Äh, transportieren, bauen. Wird gebaut. Primärbauwerk ausgewählt. So. Ja, Sir. In Ordnung. Hm. Bestätigt. Ihr wollt mich doch bitte nicht verarschen, oder? Bestätigt. Bestätigt. Kommt schon. Das würde ich noch gerne entdecken heute. Hey, das ist echt eine Steilküste. Und dass man irgendwo rankommt. In Ordnung. Bestätigt. Oh Gott. Na gut, außer ein paar Boote, die auf einmal kommen. Und natürlich fahren meine Boote direkt weg. Bestätigt. 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 Und ich wüsste, wo wieder unser Stützpunkt angegriffen wird. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. So, bisher haben wir ja nicht wirklich Einheiten verloren. Und bisher scheint ja das Flugzeug noch nicht auf uns zu kommen. So, hier haben wir einen Platz, wo wir landen könnten. Aber da sind wir erst nächstes Mal. Hier ist ja auch noch Lions.